Guten Morgen, Stuttgart 21 Bands auf dem Abbruchgelände der ehemaligen Bahndirektion, Herr Streeke-Strahl. Aufräumarbeiten gehen weiter, teilweise schon ziemlich im Keller. Hallo. Und hier beim mittleren Flügel wird noch von Hand an diesem Stück Mauer gearbeitet, das noch verdreht macht. Und hier beim mittleren Flügel wird noch von Hand an diesem Stück Mauer. Und hier beim mittleren Flügel wird noch von Hand an diesem Stück Mauer. Und hier beim mittleren Flügel wird noch von Hand an diesem Stück Mauer. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Tschüss.